so hallo leute und willkommen zurück zu let's play whatever das grad war die bindung auf Isaac ich setz mich mal kurz richtig vorm rechner diesmal mit Cain es ist egal wo wir lang gehen wir können mal schauen ob wir in die chest Ebene gehen oder nicht zu the curse of the unknown das war nicht so gut oder wir machen doch mal ein restart ich will wenigstens den ersten goldraum ein einigermaßen anständiges item ich hoffe das ist verständlich der rest ist also eine sache von mir die goldräume so nah sind was ist denn das 4 shot ja damit kann man doch an sich arbeiten auch wenn es nicht das beste ist und so gut wie gar nicht gerade auftaucht Cain fängt mit mit lucky foot an dieser steigert unser glück ich sag mal so wurde aber extrem genervt im vergleich zum normalen Isaac mein als er hatte zum beispiel das glück so hoch gesteigert dass zum beispiel alle pillen und so gut waren dies tut es jetzt nicht mehr also theoretisch hat man die höhere chance auf gute pillen und sowas und auch bei den glücksspielen hat man eine bessere chance aber ich glaube um 33 prozent hatte ich mal gelesen steigert es das glück ist natürlich jetzt so eine sache die ich nicht bestätigen konnte hallo mein freund möchte es zu sterben interessant dass wenn er angst hat auf mich zuläuft und sagen ich glaube wir werden sterben leute auf diese dinger hier hinzusetzen wo ich richtig nicht kaputt alter ich richtig schon kaputt aber so ewig ein flieger hat angst leider der widow nicht aber ein treffer und wir sind da und damit wir erst mal da und ich mach das ding da hinten kaputt wovor schießen kann so pentagramm das ist doch sehr schön der mit ab also pentagramm ist wirklich ein sehr schönes item was man von dem boss bekommen kann muss ich da ja mal zugeben ja schon wieder so ein raum da bin ich rein aber ich brauche ein bisschen mehr hp am besten ich meine wir haben eine cave wir können um geld spielen wir haben ja eigentlich erhöhtes glück nein nicht daran okay wenigstens wieder damage ab aber jetzt müssen wir noch ein schlüssel finden das ist eine batterie kein schlüssel mein freund ja komm danke immer noch kein schlüssel wollte ihm ein schlüssel geben also so damage ist jetzt schon gar nicht mal so schlecht muss man sagen tiers abwehr ist natürlich noch sehr schön und ja wie gesagt ein schlüssel gerade in den goldraum würde ich schon gerne mitnehmen perfekt perfekte monata hallo weiß ich fast in den shop grund so damit staunt tiers ab das dachte ich mir schon fast und wie viel zieht es eigentlich damage ab alles als wirklich 100 prozent alles dass es wieder auf 1 ist weil man kann ja hier ist wieder damage kriegen weil mit den vier schluss ist das natürlich positiv aber im grunde genommen ist es sehr negativ wenn man es genau betrachten möchte obwohl wir gar nicht mal so wenig schaden machen oder habe ich jetzt so das gefühl wenn ich mir das jetzt angucke so wenig schaden machen wir doch gar nicht so wie gesagt wir können noch mehr kate ich würde jetzt aber gerne den boss machen der pin ist ist mal instant halb kaputt gerattert ich habe echt das gefühl so wenig schon machen wir gar nicht wenn ich bedenke wie viel schaden wir jetzt schon gemacht haben das war's mit pin und hier haben wir noch eine range ab muss auch nicht schlecht dass wir ein damage abnehmen nehmen wir aber nicht mit weil ich meine herzen behalten möchte wir haben nicht so sonderlich viele ok wir können in den shop gucken nehmen wir den mit und gehen noch in den kate die sagen gucken noch in den kate rein ah hier können wir noch reingucken ja das hat sich auf jeden fall gelohnt hier rein zu gucken ich glaube jetzt können items doppelturben oder so ich weiß jetzt gar nicht mal hundertprozentig was das war muss ich zugeben so ja eigentlich haben wir erhöhtes glück eigentlich wie viel man von diesen erhöhten glück dann im endeffekt märz merkt sieht man ja sowas haben wir hier speed down erhöhtes glück glück haben wir trotzdem einen strich wie gesagt ich glaube es war einfach nur eine dumme prozentschance ich bin mir nicht sicher also ich weiß nicht ob es einfach aufs normale glück drauf addiert wird oder sowas beispielsweise also wenn man zum beispiel ich sag mal ein glück hat dann hat man noch mal mal 0,33 prozent mehr 0,33 0,33 so mehr so so wollte ich das sagen das könnte natürlich sein dann ist klar dass wenn ich noch einen ganzen neuen strich bekommen dann bräuchten wir erstmal drei vier striche bis wir überhaupt einen neuen strich bekommen wir haben gar nichts hell gefunden gehabt mehr und eine trollbombe die uns verarscht geil danke trollbombe ich hasse es kommt ernsthaft alter was mache ich denn alle meine herzen innerhalb von zwei räumen weg spitshot ja das könnte interessant zu werden wenn man sich das jetzt hier so anguckt und es ist unsere schüsse also unsere schüsse teilen uns jetzt auch noch auf ich glaube das ist das erste mal dass wir diese schnecke haben die schnecke das können wir auch aber blöd gegen die wand schießen und müssen nicht direkt treffen um diese leute zu töten ja ich brauche herzen ist wieder das problem nein hier sehe ich kein herz tschüss mit euch ich komme nicht dran doch jetzt ach komm die wand werden doch wohl möglich sein ich habe so einen hohen train output da kommst du nicht gegen an mein freund so was haben wir hier hier hätten wir den boss the big boss ok nochmal zwei silber herzen ja natürlich du warum nicht alter ist wieder gefiert ja bleib doch mal ruhig irgendwo stehen ich weiß das klingt komisch aber ich möchte dass du stirbst danke ohne treffer absolut bekommen tier sind shot speed ja ich glaube genau das ist das was wir eigentlich nicht brauchen das brauchen wir auch nicht trotzdem danke trotzdem danke mein freund nein ich möchte nicht meine schüssel an dir verschwenden so was können wir denn hier noch so abstauben blinde spinnen anscheinend die jetzt tot sind dank unserer split shot der uns schon recht gut hilft muss ich so gehen meine train output ist ja wirklich ultras so noch mal ein paar münzen was haben wir hier oh gott drei kisten ich glaube ich es hätte könnte ich ja eigentlich auch aktivieren range down luck up ich weiß auch gar nicht ob die pillen um eins erhöhen das wäre natürlich auch noch so eine andere frage wir haben ja schon zwei gabi items also ein gabi item mehr und wir bekommen unsere fliegen und die wären natürlich dann richtig geil also das sollten wir auf jeden fall versuchen zu bekommen dann stellt euch diese schussrate mit fliegen vor ich meine gut der damage fehlt das heißt die fliegen machen nicht so sonderlich viel schaden aber es kommen sehr viele sehr sehr viele das wäre natürlich schon mal ein vorteil so ein kleiner so noch mal ein paar fliegen holen hallöche meine freunde danke dass ihr euch dann doch irgendwann dazu entschlossen habt zu sterben damit ich auch einigermaßen lebend rauskomme würdet ihr bitte danke da gehen wir natürlich auch rein okay dann haben wir zumindest satan deals sicher verschwinden aber wieder ganz schön viele herzen leider wir können im shop noch mal gucken ob wir da noch mal ein herz finden vielleicht ist was im angebot wir gucken einfach mal rein wir finden so einiges aber nichts im angebot pheromone pille okay gut gehen wir weiter nächste ebene boss wasch so wie wir momentan ausgerüstet sind unmöglich also das würden wir nicht überleben wir machen zu wenig schaden ein gabi item mehr ein gabi item mehr würde mich sehr freuen problem wenn man ein bisschen aufpasst also envy ist wirklich der miniboss den ich persönlich am einfachsten finde also ich persönlich wenn ihr versteht und so so tot allen sind dann und so man kennt es ja ach kommt haltet nicht so viel aus steckt bitte einfach schneller wenn ich hier so stehe und so schieße dann kommen die theoretisch gar nicht zu mir weil ich die eher weg dränge über dieser schussrate möge das gesplashe mit dir sein zack und zack zwei kisten zwei trollbomben und wenigstens zwei minzen und zwei richtige bomben immerhin etwas das ist sehr nett da könnte ich hin so ist es nicht aber zwei bomben um da hinzukommen ich weiß ja nicht hallo meine kleinen freunde ihr dürft da hinten auch gern sterben also früher oder später treffe ich euch bei der schussrate könnt ihr nicht alles ausweichen das ist der vorteil so danke also geld habe ich wieder einiges das heißt shop könnte ich auch schon wieder rein aber erstmal goldraum würde ich behaupten stirbt so da hätten wir halt schon mal den shop aber wie gesagt erstmal den goldraum wir könnten ja im notfall auch noch hier hin gehen die bomben hätten wir dazu wenn wir unbedingt noch einen schüssel brauchen ja das ist auch sehr interessant ja das wäre eine schüssel gut will ich da mal sagen das sind bomben keine schüssel so das ist einfach naja auch wieder etwas was nicht unbedingt hätte sein müssen aber wir haben es jetzt da hätten wir noch einen schlüssel sehr gut die kiste das kann halt beides irgendwas gutes drin sein ich sag's mal so über die kiste weil es auf dem weg liegt eine karte zwei silber herzen das ist auch sehr schön hallo mein freund hallo mein anderer freund und noch mal kisten damit kriegen wir mehr karten das nehmen wir mal mit das war auch interessant die lassen wir jetzt einfach mal da liegen so shop jetzt natürlich hallo ok kein problem vor allem nicht mit der schussrate wie man merkt stimmt da hätten wir ein hp ab also ein hp ab können wir auf jeden fall mitnehmen so was bekommen wir hier ja das bringt uns nicht sondern da können wir jetzt fliegen holen wenn wir getroffen werden super den engel werden wir auf keinen fall sprengen also ich habe keine lust auf den engelskampf der bringt uns ja auch nichts außer den schlüssel das ist ja nicht mal wieder glück Hustus und was bringt uns schon der schlüssel nichts genau denn dieser bosskampf ist absoluter bullshit den man da machen kann weil man damit nun mal einmal das letzte ending freischaltet und das war's da frage mich echt was das soll aua wir fliegen wie gesagt das ist der vorteil wenn wir getroffen werden wir können wir fliegen spawnen spawn 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 the flies hi na komm für die schüssel wären es doch nicht mehr gewesen wie gesagt ich hätte sehr gern noch ein gabi item das wäre echt gut einen schlüssel hätte ich auch gern na 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 vorsichtig was ihr macht meine kleinen freunde ok den habe ich auf den stein kaputt geschossen weshalb kein vieh kam auf den totenkopf das mal lieber so ui immer noch kein schüssel also wir werden wahrscheinlich zu the land gehen muss ich zugeben weil wir für die andere ebene einfach nichts finden an welcher ebene sind wir denn tiefen 1 wir sind also noch nicht bei ähm bei mutters fuß ist schon mal gut zu wissen einfach hier reinballern man trifft das richtige schon moment ich seh grad hier ist auch böses feuer wow du lebst ja noch ich dachte ich hätte euch alle getötet schon da ist meine reichweite doch nicht so weit wie ich gedacht habe muss ich zugeben so was hätten wir hier idioten die fliegen spawnen wollen konntest du mich grad andaschen seit wann könnt ihr dashen ich glaube ich hab den einfach nur außer weh in die richtung geschossen ja ich hab nur leider immer noch keine schüssel ne ist das traurige dran das ist der sad thing about it aber ich hoffe schon den goldraum habe ich auch noch nicht offen ne äh das könnte problem sein wenn ihr jetzt hier nicht mal irgendwann so ein schüssel oder so kommt tour fahrt okay da spawnt ein battler den könnte man auch sehr gut gebrauchen die sache ist jetzt natürlich man könnte jetzt so viel öffnen mit den einschlüsseln ne curse of the maze ähm hallöchen ich hasse euch trotzdem könntet ihr jetzt bitte einfach mal weg gehen boah ich brauche damage alter ich brauche sowas von damage komm verpiss dich jetzt du da oben auch puh ich geh jetzt doch erstmal in den goldraum ich wollte unter umständen erstmal noch ein paar sachen clean hab mich jetzt aber spontan dagegen entschieden warum weiß ich jetzt ui grad nicht aber erstmal ab zum goldraum tiu 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 ja oh man das ist auch fies wenn die hier so zwei goldruhen einfach hinpacken äh das droppt glaube ich alle drei Räume in silber her das ist sehr gut also alle drei Räume die wir clearn das gefällt mir natürlich was mir natürlich auch gefallen würde sind mir silber herzen ja ihr seid natürlich suboptimal für mich ne und ich meinte zwar nicht silber herzen nehm ich meinte natürlich schlüssel aber ist das denn so ein goldener der wär echt gut hier einfach weil ich so einfach weil ich dings brauche hier ey wow vorsichtig bitte ich würd gern gucken was das da für ne karte ist das ist san brauche ich hier nicht auf dieser Ebene so dann sind die wenigstens weg ja alter komm schon was soll denn der scheiß hier so langsam nein das will ich nicht das will ich auch nicht mein freund das will ich auch nicht Schlüssel da können auch pretty flies rauskommen hells up ach ich brauche Schlüssel WTF wow vorsichtig hier da darf ich nicht so überall drüber rennen so super warum auch immer ich so viele Superbosse auf einmal kriege ich weiß nicht was ich gemacht habe danke für die zwei Schlüssel das ist der Herzspendeautomat ne den brauche ich nicht unbedingt aber die zwei Schlüssel sind natürlich super wir haben nämlich noch so ein paar Kisten hier öffnen können da hätte natürlich nicht zufällig ein Dings drin sein können oder ein Schlüssel oder sowas das wäre nämlich auch gut gewesen ich lauf da ich lauf da noch rein hä? ok hat mir jetzt theoretisch sogar weiter geholfen glaube ich weiß ich nicht dafür müsste ich glaube ich wissen wo ich vorher war so weg von mir nicht hin zu mir einfach weg von mir und sterben am besten das wäre auch cool Monstro Version 2 diese Angst vor mir hat wow vorsichtig wow kann schon viele Tränen ouch so war das eigentlich nicht geplant mein Freund alter weil er Angst hatte gegen Monstrous dieses 4-Item echt scheiße finde ich weil ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann wo er hinspringt strahl aber sein Tod kommt jetzt auch boah HP ab zwei Herzcontainer mehr face up ja jetzt haben wir auch noch ein paar Silberherzen bekommen aber Schlüssel 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 unser größter Feind sind die Schlüssel in diesem one weil sie nicht auftauchen ja auch keinen Feind zu haben der nicht auftaucht oder einen Feind zu haben weil er nicht auftaucht besser gesagt ach komm schon ihr seid echt die unnötigsten Gegner finde ich wow das hätte sogar fast getroffen du Arschloch weil ich nicht damit gerechnet habe dass du platzt so komm stirb danke ich brauche Damage Ups das ist ja echt Knorke du kannst auch sterben also mit dem 4 Shots okay ist nicht schlecht muss ich zugeben wirklich nicht schlecht kann man machen aber in der nächsten Ebene werden wir sowas von verkacken so the sun hallöchen okay wir hätten da oben da oben den Goldraum der bringt uns allerdings nichts solange wir kein Dings haben ne kein Schlüssel wir können uns ja trotzdem schon mal hin prügeln und wir sind jetzt auf Mutters Ebene da muss ich aufpassen also Mutters Fuß Ebene wenn ich da dann aus Versehen reinlaufe in den Bosskampf könnte es Probleme geben ach komm nein ihr seid gar nicht lästig meine Freunde überhaupt nicht so alter habt ihr hier auch noch andere Gegner jetzt mal ganz im Ernst Spiel hat gerade so zufällig alle Gegner gelöscht und es gibt nur noch den ja WTF guckt euch das an ich meine ich weiß dass ich natürlich durch Gabby's Tail kommen die ganzen Kisten aber das ist trotzdem heftig und ich habe einfach keine Schlüssel das ist einfach mal so das andere Problem was ich noch gleichzeitig habe so kaputt kaputt und es droppen auch einfach keine Schlüssel also kaum welche ist das mal lieber so alter könnt ihr hier irgendwo die Left Hand woppen bitte das wäre ja wenigstens auch was meine Güte ja wir sind bei 23 Bossfasch ist sowieso schon im Arsch den kriegen wir nicht mehr den sogenannten Boss Wusch den müssen wir dann beim nächsten Mal nach mitholen mitnehmen mitnehmen alter auf der anderen Seite ist auch noch so eine Spinne ja natürlich Aua wo ich da jetzt auch noch hätte ausweichen können wo ich da jetzt auch noch hätte ausweichen können sowohl ist der dumme Kopf ja ich hab dich dumm genannt du Kopf du Stier Schlüssel oh Gott ein wenigstens wir können wenigstens den Goldraum mitnehmen so was haben wir hier drin Spinnis aber droppen tun diese Räume leider nur was wenn da von Anfang an Gegner drin waren wenn die Gegner reinkommen so wie jetzt grad dann leider nicht so wir hätten uns wir können uns glaub ich den Schlüssel sparen oder ich frage ob jetzt das wert ist so stirb mein Freund ach nicht ich du sollst sterben komm schon mehr Schüssel ach komm schon was war das genau das was ich gesucht habe nein wir können uns doch keine Schüssel sparen weil wir hier nicht durch dürfen schade du bist was genau ah okay wir schießen jetzt in zwei Richtungen nein wir haben dort noch ein paar Räume zu clearn die machen wir natürlich auch noch denn mehr Schlüssel bedeutet mehr Items ich hätte natürlich auch wieder eine Goldkiste in der Hoffnung öffnen können in der Hoffnung da was raus zu bekommen aber ihr seht ja mein Glück also ich bezweifle dass es da irgendwie war jetzt war das Item sogar recht praktisch muss ich zugeben weil ich die Typen hinter mir getötet habe okay noch ein Schlüssel Joker äh das portet uns zum Shop wir sind auf Mutters Ebene das heißt hier gibt es theoretisch kein Devil Deal Boah warum gibt es denn auf einmal so viele Mixräume ey irgendwo sind hier noch ein paar Geister ja ein paar ist gut okay okay dann gucken wir in den Shop Charge with Blood ne aber wir müssen das Item hier nehmen auch wenn es ein Challenge Up macht wir müssen es im Endeffekt nehmen dann gehen wir jetzt nochmal zurück in den Raum oh ne Tunnelhart Destruction würde alle Steine in einem Raum zerstören das können wir auf der Mutte Ebene verwenden wenn wir wollen denn da gibt es ja diese ähm komischen Vorunkel da sag ich jetzt mal falsche Richtung ich muss hier lang obwohl ich kann natürlich auch unnötig unnötig auch nicht unbedingt nötig Joker Engelstraum drei Silberherzen ähm nehmen wir den Tod mit wir nehmen einfach mal den Tod mit why not diese Challenge Up ja wie gesagt wir kriegen ein bisschen mehr Schaden aber dafür kommen jetzt beispielsweise mehr von diesen Typen hier diese farbigen farbigen ja ich rassistisch ist an sich aber auch nicht schlecht aber einen Schlüssel hatten sie nicht zu verkauf oder? doch hatten sie dann kann ich nämlich nochmal so in die Truhe öffnen wenn ich Glück habe ich da nämlich nochmal einen Schlüssel drin nee leider nicht kein Glück für mich so mutter Isaac na 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 nip na 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 nip na 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 Aufgaben Ja, passt Fast läuft, ist super Macht Spaß Wir werden auf jeden Fall Nach unten gehen, da oben für mich Kein Sinn ergibt Weil halt Keine Schüssel für mich kommen Und wir brauchen welche auf dieser Ebene Auf der nächsten sag ich mal Die haben leider auch keinen Schutz oder sonstiges Das ist alles Alles sehr Suboptimal muss ich zugeben Warum haltet ihr hier so viel aus, Alter? So, kaputt Komm, geh kaputt, danke Jetzt du Geh kaputt Mach kaputt Wohin? Da oben hin So, Energy Mehr fliegen bedeutet mehr fliegen Bedeutet mehr fliegen Ah, Hilfe Kacke Der Tränenaufput ist einfach so krank Aber unser Schaden ist einfach so schlecht Ich weiß auch gar nicht, ob der steigen könnte Ja, das ist ein guter Weg, den ich eingeschlagen habe Muss ich zugeben Hüstele, Hüstele Wenn ich einen Raum finde, der mir gar nicht gefällt Kann ich auch noch den Tod einsetzen Äh, für sechs Münzen ist es noch zu wenig, glaube ich Ich glaube, da bräuchte ich ein paar mehr Hm, den können wir auch mitnehmen Ja, ich habe das Gefühl, sie fliegen schneller Alter, wie ich den da oben einfach in die Ecke schieße, ey Ach Gott Ja, ist doch gut Zwei Herzen wegen dem Kack verloren Weil ich es nicht gesehen habe In dieser kackroten Man, wie kommt man denn auf so eine schwachsinnige Idee So einen Raum hier zu machen Danke fürs Silberherz Da ist auch schon ein Boss Gehen wir erstmal direkt zu ihm Ja, natürlich, warum nicht Von allen Bossen Warum, du? Oh mein Gott, er chargt Weißt du, dass das hier voll für den Arsch ist Wenn du am Chargen bist Äh, nicht am Chargen Sondern dich da am Verstecken Scheiße Nein, so war das nicht gedacht Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Durch die Schussrate Kann ich einfach auf einer Position stehen bleiben Im Endeffekt Da ist er Da trifft er sogar noch Beim Vorbeiwaschen, ey Ja, wie soll ich dich da treffen, mein Freund Das war auch wieder nett Jetzt können wir wenigstens fliegen You feel blessed Okay Also ich glaube, das nehme ich sogar jetzt einfach mit Weil wir dadurch fliegen können So Einfach nein, mein Freund Wenn ich hier rumschwebe Dann schwebe ich hier rum Und du Wow Nervst mich dabei nicht Jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden Er bringt uns nur leider nicht mehr so Ach Gott, wir können fliegen Ich dachte jetzt gerade für einen kurzen Moment Okay Wahrscheinlich Nein, die Bibel Äh, bitte wieder zurücktauschen Danke Okay, interessant, dass das hier die Bibel droppen kann Womit wir zwar Mutters Herz recht instant töten könnten Aber das bringt mir leider nichts Und jetzt kommt Schlüssel Könnten wir machen Was sehe ich immer noch? Wie lange ich brauche für die So, Silberherz Oh, vorsichtig Vorsichtig, was du da machst, mein Junge Ah, da hinten ist auch nochmal ein Silberherz Ja, fliegen ist praktisch Alter Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Du bist gut Tears up So Den brauchte ich nicht mehr Hat man vielleicht irgendwie gemerkt Wow Er hat geschossen, ohne oben zu sein Cool Ich schieße hier so hin und her Das ist so unglaublich Face up Brauche ich auch nicht unbedingt Pheromone können wir unter Umständen noch vernünftig benutzen Da muss ich mal schauen Weil man damit machen kann, dass sich Gegner gegenseitig angreifen Wir machen keinen Schaden, Alter Das restliche Spiel wird so ein Pain in the Ass, sag ich nur So, das Silberherz nehmen wir mit Und dann machen wir jetzt nochmal da hinten den Raum Den Kampfraum Da ist eine goldene Truhe drin Könnte was Gutes drin sein Naja Ob's gut ist Sehen wir, wenn das Licht angeht Sagen wir's mal so So Ersten geschafft Der zweite ist Loki Da eigentlich auch kein Problem darstellen sollte Gehe ich von aus Auch wenn er sau viel aushält Gegen mich Wenn ich einfach keinen Schaden mache Hallo Fürchtest du mich? Na, das find ich gut So gehört es sich auch Bosse müssen mich fürchten Aber das Problem ist Ich schieße hier natürlich so oben her, die Gegner So, das dürfte es gewesen sein Der Dumm Hätte ich den Kack mal früher aufgehoben Mist Da find ich da einfach den Dummkopf Dieser hätte uns Also, damit hätte ich mich halt da raus teleportieren können Was haben wir hier? Blast damage up Mr. Mega Okay Buff Äh, du warst die Bibel Ne, ich glaub ich behalte den Kann natürlich auch ein kleiner Fehler sein Aber gut So viel hab ich nicht mehr zu verlieren Muss ich zugeben Äh, was warst du? Ah genau Du warst glaub ich set Dann nehmen wir auch nochmal ein paar Fliegen mit Da könnte ich nur einen Bosskampf starten Den ich aber nicht starten möchte Um es mal so zu sagen Ja, was haben wir denn hier? Ja, ein recht großzügiger Raum muss ich zugeben Jetzt abpille sogar noch Jetzt könnten wir auch Satan Also Teufelsstile wieder verwenden So Die Zecke wollen wir nicht Auch wenn sie nicht ganz so nachteilhaft ist Wie man denkt Also die Bosse halt schon schwächt Aber man kann sie halt nicht mehr ablegen Aber so viel schwächt sind die Bosse nun auch wieder nicht Dass sie sich wirklich lohnen, find ich Zumindest nicht in diesem Stadium Hoch mit euch Hoch Und bleibt da oben Ich sag dir Da oben Bleiben Los Wenn dein Hintermann einfach stirbt Das nur, weil du nicht hoch wolltest Ja Flipp Das bringt es natürlich voll für uns Jetzt haben wir wieder keine Schüssel mehr So Das wäre erledigt Ja Eine Klumpen dort Und diese Klumpen sind Im Endeffekt auch erledigt Ja Brauche ich gerade nicht Trotzdem danke Habe ich schon mal Zeit zur Sicherheit Mein Mutters Herz könnte etwas länger dauern Hm Ich muss sagen Das ist auch so eine Sache, ne Sie kommen nicht Zu mich An mich ran Und ich mache keinen Schaden Hallo Sollte kein Problem sein Der sollte Wenn er in meinem Schussbahn gerät Wirklich Sehr viel Schaden bekommen So wie du Jetzt eigentlich auch so langsam Ich brauche unbedingt Ein Katzen-Item Das sind keine Katzen-Items Sterbt Ach komm Ein Gabi-Item Ey Eternal Life Oder sowas Oder Dieses Take with Hardware Auch Geil Muss ich zugeben Aber da habe ich jetzt keine Chance mehr drauf Hier drin So weit ich weiß Oder Kann ich das noch bekommen Ich meine nicht Wow Mal nur zwei Nicht vier Okay Bringt wirklich Glück Boom Autsch So Tears up Ganz wichtig Fullbemerkt Oh hups Jetzt wollte ich das Silberherzauten holen Dabei hatte ich schon eins Aua So ich hole mal kurz das Silberherz Und mach schon mal Mutter Gucken was dabei jetzt so rauskommt Weil viel mehr können wir hier nicht finden Also Muttersherz im Endeffekt Nicht Mutter selbst Aua Danke für den Treffer mein Freund So Isaac Ich finde es eigentlich sau cool Los greif Mutter an Ich bin nicht Mutter Die Idee war gut Die Umsetzung war scheiße Das tut so weh Da kriege ich am Ende des Charges noch Schaden Hier ist er jetzt nur Genau Und das meinte ich Weil hier können wir jetzt leider Keinen Goldraum mehr abstauben Blöd Aber noch eine Goldkisse können wir hier abstauben Ja die Ebene werde ich noch machen Wahrscheinlich Pin Zwei Pins Überhaupt nicht langwierig Ach Leute Einer ist glaube ich gerade geplatzt Das erfreut mich doch mal die Jungs und Mädels Leider nix spannendes Das war knapp Ich habe gerade zu spät erkannt Dass es mich auch hätte erwischen können So Hallo Zecke Was hatten wir denn hier Eine Karte Sehr cool Ne genau Ah Holos Überall Holos Ich fülle einfach den Raum mit Tränen Irgendeine trifft schon So Silberherzen Genau das was ich jetzt wieder brauche Leider Aber ich bezweifle Dass wir zu Selam kommen Satan Vielleicht noch Aber Selam Bezweifle ich stark Und auch wenn wir hin kommen Bezweifle ich dass wir ihn besiegen können Das war es schon wieder hier Mit unseren Abenteuer Hier kann ich auch mitnehmen Ich habe ja The Fool zum Glück gehabt Fiel mir das gerade an Ich dachte schon so von wegen Ja wirklich reingehen Ach ich bin so ein Idiot ey Nein 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 Boah jetzt wäre ich fast in den Himmel gegangen Das wäre natürlich auch böse gewesen Weil dann wäre ich Curse of the unknown Da wäre ich nämlich im Endeffekt auch nicht weiter gekommen dann Wir könnten nur auf Land Soweit ich weiß Irgendwie so war das doch Scheinen sie wirklich nur zu können Es ist immer noch keiner von denen tot Was war das gerade Ich glaube es ist einer oder zwei tot Alter Leute Ah ich sehe meine AP nicht Dieser Fluch ist es also Okay Nein 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 Lass es Lass es Lass es Lass es Lass es Danke Ascho Ich hasse dich Ihr seid nicht besser Aber ich glaube solange ihr Was hat mich da jetzt getroffen Oh der schießt ja random Tears Ne Okay Ich habe aber an sich voller AP anscheinend Eine kann ich öffnen Äh eine kann ich öffnen The moon Geheimraum Mit Supergrid Den ich ehrlich gesagt einfacher finde als den normalen Grid Wenn ich Schaden machen würde Würden die Leute auch sterben Das ist ja das Interessante dran Aua Das hat weh Hör auf damit jetzt Genau das Item brauche ich So dann töten wir den mal Du nährst mich Damit können wir nicht sonderlich viel anfangen leider Aua Ich weiß nicht Ich komme auf diese Kackviecher einfach nicht klar Wet patch Ich weiß nicht mehr genau was es gemacht hat Es hat irgendwie bestimmte Herausforderungen Herausforderungen sag ich schon Äh nach bestimmten Sachen mir Dings gegeben Mir Schaden glaube ich Ich weiß aber nicht genau was So Das Schöne ist ich darf dich gleich nochmal besiegen Und wenn ich jetzt schon sehe wie lange es dauert Hab ich gleich keinen Bock mehr Aua 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 Wenn ich überhaupt so weit komme Dich nochmal zu besiegen Das sieht hier gerade nicht so sonderlich Prickelnd aus Was ich gerade abziehe Ich hab keine Ahnung wo ihr seid Aber ihr steht in mir Okay Wie ich das Ding jetzt sogar zu mir gesprengt habe Ist auch interessant So High priest Priest Mutters Fuß Hallo Krieg Musst du mich bekriegen Können wir nicht einfach Freunde sein Hm Was hältst du davon Wir machen einfach Frieden Und töten Satan zusammen Aber du ja anscheinend für Megasatan arbeitest Wenn man bedenkt Dass er dich beschwören kann Im Endboss Kampf Gegen Megasatan Gegen den letzten Boss im Endeffekt Das letzte Ending Naja Tod ist Tod Ein Silberherz Noch ein Silberherz Damage Reduction Da hab ich genau die falsche Kiste anscheinend geöffnet So Ihr seid auch kacke Die können schießen Seit wann können die schießen Ihr nervt Du auch Stirb Nicht schießen Schießen ist böse Auch wenn ihr dashed Ist es nicht sonderlich lieb Muss ich so gehen Seid liebe Jungs Dann kommt der Weihnachtsmann auch zu euch Der demnächst schon kommt So meine Freunde Was geht bei euch Ihr wird ganz schön Naja Gearscht Warum es jetzt auch immer dunkel wird Ich schweiß es nicht So Silberherzen hab ich auf jeden Fall noch genug Tour of Clubs Verdoppelt meine Bomben Mehr Bomben Ich liebe diese Räume Nein Nicht dafür Zweimal Greed Und dann dieses Kackvieh Ernsthaft Ist ja nicht so Als würde Greed schon ewig dauern Ich hab ein Schild bekommen Warum Durch bekomm ich ein Schild Alter und dann schießen die da Auch noch gleichzeitig Habt ihr das gesehen Greed dauert einfach Ultras lange Guckt euch das an Die einzige AP Die jetzt da noch ist Greed Ich glaube ich hab da gerade Glücklicherweise Einen Schuss abgefangen Mit der Maske Die ich ja Auf dem Gesicht hab So Dead friend Da hätten wir jetzt noch Ein Isaac der mitschießen würde Ne wir nehmen den Wenn ich mal da den Trainport Angucke oder so Dann Ist das doch besser Okay ich wurde noch einmal getroffen Wow Alter wieso kommt ihr denn Seit wann kommen die Gegner von der Seite von der sie weggedasht sind What the fuck man Hallo Satan Isaac Oh ja das hat weh getan Nein Nein Der ist doch gut Hört doch auf zu spucken Ihr habt Angst Ja Ich hab's nicht mal gesehen Dass er eine Grammarste gezogen hat Weil er sich hinter den Anderen Satan Versteckt hat Ey Jo Ich krieg grad Schaden ohne Ende WTF Ich will nicht wissen wie viel AP ich noch hab Muss ich zugeben Jetzt kommt ja erst diese Fick dich Sache Sag ich mal Ich kann das nicht vernünftig ausweichen Das ist einfach die Sache Okay da bin ich tot Ich danke euch fürs Zusehen Leute Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao